So, äh, das wird man. Braucht man ein Auto schnell. Na? Ich hab das nicht verdient. Doch. Oh, nee. Oh, ja. Alles klar. Oh. Das werde ich mal dann offline machen, die so ganze blöden Taxis suchen. Oh, weg. Achtung. What? Die werden sie ja gar nicht. ok aufgelauert Das sieht nicht so wie anders aus. Das ist hier nichts mehr. Hier sind die hier. Das sehe ich nicht. WooBoys. Platz. Platz. Ich wollte mich gerade hacken. Habt ihr gesehen? Nee, 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 nee. Ist nicht. Ey. Bis vorhin ist die geflogen, Alter. Beschlossenverwaltung einer bis zur Beisetzung. Achso, ich muss warten. 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 Schöner Treffpunkt. Steh nicht so auf Beerdigung. Hab keine Angst, Etrage. Das ist nicht deine Beerdigung. Bist du mein Kontakt? Erfahre ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mir. Bald. Scannst du mich? Checkst, ob ich alleine hier bin. Was für'n Chrom ich hab. Ist das ne Art Test? Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind eng. Dich? Dich? Kennen wir nicht. Wer ist gestorben? Hat das mit dem Job zu tun? Du denkst, wir führen für dich eine Beerdigung auf? Wo ist Brigitte? Kann ich mit dir reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geht zu dem Fleischer dort. Frag nach Placid. Er erklärt dir die Details. Wo, 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 wo. Das hab ich doch gesehen. Ein Terror. Ah. Zack. Mal wieder einen. Ok. Aber ich geh mir ne andere Karre auf jeden Fall. Ist hier um ne Ecke hier. Die Brasse sind immer wieder weg. Die Brasse ist nicht so gut, die Gugnade. Sie verkaufen tatsächlich Fleisch? Ernsthaft. Wo ist die Hachecke? Wer ist das? Die Bessie ist intelligent, wie sie es sind. Ich suche Placid. Placid. Klage mir mal. Schaut mal, die Gugnade. Die dritte, die Gugnade. Steu, die heute wieder. Placid, gucke mir mal. Wenn nicht so, Klapp, hier zu essen. Klapp und energie, sie schauzen. Sie stören zu sehen. Das geht doch schon wieder los. Bist du Placid? Wo ist deine Chefin? Hm. Kisaule. Und ich, Idiot, dachte, der Verkauf von Geflügel sei illegal. Sechs Jahre soll die Vogelseuche umgegangen sein. Und auf einmal ist alles clean? Das wird nicht verkauft. Was willst du? An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hentz meinte, dass ihr Söldnerarbeit für mich habt. Alter. Dich hier. Komm in. Wo gehen wir hin? Pazifika. Ein Brennpunkt der Kontroverse. Eine Stadt in der Stadt. Hirland. Hirland. Turnen auf die Ville. Du bist Pazifika. All das gut hier. Willkommen, Pazifika. Kennst du Pazifika gut? Nicht wirklich. Ihr rollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draussen aus. Sollte eine eigene Stadt werden, wo Anzüge ihre Edis verbrassen. Ist ja da oben. Wir reisen da. Die Konzerne füttern ihre Schafe. Die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzernkreis. Oh, diese muslimischen Pappen. Das sieht aus, Alter. Das sieht aus, Alter. Placid, Pizid, Moué. Boom. Was hast du heute im Angebot? Äh, warte. Nix, was ich brauche, können wir höchstens mal den Scheiß verkaufen, dass wir Platz haben wieder. Den werde ich zerlegen, den Scheiß können wir verkaufen. Passt. Schon mit den Animals zu tun gehabt? Ja, ein paar Mal. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Ach, wie soll ein Geheimnis draus? Ich mein, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein, ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren, damit ihr was Dummes macht? Sie verlassen die Gymnie. Wie viele von denen hängen da rum? Dreißig. Oder mehr. Hm. Bin ihnen nah. Wir reden hier. Setz ihn. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job. Das kommt zuerst. Scheiße, was soll das werden? Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Hm, das stimmt. Ich hab das Gefühl, wir werden keine guten Freunde. Keine Chemie. Verkraft dich schon. Evelyn Parker. Sagt dir der Name was? Keine von uns. Sie hat mal für euch gearbeitet. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das teilt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Dein Krumschamane. Ist es Victor? Kennt ihr beide euch? Nein, brauch ich nicht. Diese Hardware ist Schiet. Solltest du ersetzen. Bist du jetzt auch ein Ripper-Doc oder wie? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Außer dem Chip ist alles okay? Neuralnetzproblem. Cortexflimmern. Unmehr Mist. Was davon ein echtes Problem? Ich hab nach dem Chip gefragt. Der Chip ist der Grund, weshalb ich mit Brigitte reden will. Kommt er dir nicht bekannt vor? Sollte er das? Ich seh nur, dass er beschädigt ist. Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Hm. Willst du gar nicht meinen Lebenslauf sehen? Wissen, was ich alles kann? Wir sind kein Konzern. Wir stellen niemanden ein. Du erledigst nur eine Sache für uns. Was mache ich, wenn ich drin bin? Der Kabinett. 20, 35, 07. Drei Sekunden vorher. Wusch. Aber ich versuche rauszufinden, wo er herkommt. Hm. Der Wagen ist eine Spezialanfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Hey, ich will nur alle Fakten haben. Habt ihr die Aufnahmen selbst gemacht? Hm. Wir hijacken private Camps und Konzernsatelliten zum Aufnehmen. Aber aus der Gym habt ihr Nada, richtig? Fortschrittliche Tech? Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Brassid. Batman Kelly hat das nicht gehört. Wer wird das? Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht. Sie kommen ohne mich, klar. Konzentrier dich. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Fang beim Kamionett an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du im Rezo Agüe gezinkt, unsere Sabelt. Warum? Wozu? Durch Agüe. Sehe ich, was du siehst. Höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym füren. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper-Doc. Wer ist der Runner da drin? Was will er? Ich hoffe, du sagst mir das. Ha. Du überwachst mich. Zeug von Vertrauen. Okay. Muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Mein Geld. Wie viel krieg ich? Und wie hol ich's mir? Hans sagte, dir geht's nicht um Cash, sondern um ein Problem. Mach die Gym und Brigitte löst dein Problem. Ja, aber ich hab gerade erfahren, dass ich als lebendige Zielscheibe losgeschickt werde. Deshalb ist mein Preis gestiegen. Mal sehen. Ich verspreche nichts. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte. Richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh. Meine Leute lassen dich durch. Hm. Wir sind fertig. Weiß Brigitte überhaupt, dass ich hier bin? Oder ist der Deal auf deinem Mist gewachsen? Du siehst die Chefin, wenn's so weit ist. Also warum Voodoo Boys? Ihr glaubt wohl kaum an Voodoo. Weiß nicht. Frag die, die uns so nennen. Soll heißen, ihr nennt euch selbst anders? Ist kein Mann der großen Worte, hm? Klar. Ah, das ist die Reflexion von dir. Okay. Fremde seht ihr hier wohl nicht so gern, oder? Leute wie du? Farbenau. Sprich, ich sollte aufpassen? Wär klug. So. Wie? Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Im Fall auf dem Blick, okay? Mhm. Scheint so. So. Jetzt brauche ich eine Karre. Ich kriege aber keine Karre hier. Jetzt. Alter. Hm? Das Schrott. Hä? Augen auf. Ich habe irgendwo in ihrer Nähe Kontakt mit deinem Fahrzeug verloren. Schnauze jetzt, ja. Ich glaub, das ist dein. Danke. Ich guck mal. Boah. Was ist das? Das sind meine Leute. Rät mit ihnen. Du bist wie? Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Riviere, unser Zuhause. Wir müssen hier keine Geiste sein. Du schau. Sein Geist. Du musst still sein. Unsichtbar. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja. Garage. Von hinten. Aber pscht. Leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein? Niemand raus? Nun ja. Einmal sind sie raus für Proviant. Niemand. Da ist ja noch leise da rein, Alter. Niemand. Worauf wartest du? Geniesse nur die Augen. Sicht. Fack, Zoom. Ich bin aber total zittrig und auf Kante. Ich lasse bei jeder Kleinigkeit auf. Fack, Zoom. Ich bin aber total zittrig und auf Kante. Die Muskelprotze hier. Was war das? Shit. Oh. Leute, das war's schon. Ich muss ja wieder fighten. Befickt euch, ihr Clowns! Ui, was ist die denn? Komm. Wo steckt mein kleiner Toyboy, hm? Die Toyboy, sieh gleich, warte. Oh. Fistet. Hallo? Ja, ja. Leise, leise. Immer leise. Leise geht nicht mehr. So. Pinkelt der gerade? Also ne Muskeltypen hier. Hier komm ich rein, und da komm ich rein. Gucken wir mal. Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Für Dex Dreis von uns. Ist erstmal alles okay. Also, weiß er, dass ich hier bin. Na, wenn der weiß, die ich da bin, wollte ich nicht ruhig sein, ey. Wie komm ich denn hier rum? Ah, hier. Wie komm ich denn hier rum? Ja. Kuck mal. Wie sind wir hier? Guck, geht's so wie? Ja. Bleibt mal hier, bleibt mal hier, bleibt mal hier, bleibt mal hier. Geld regiert die Welt, 50, 1C, 7A, da, 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 Scheiße, bin ich falsch hier am Kacke. Jetzt ist die Frage, gehe ich hoch oder gehe ich runter? Ziemlich viele Sachen, die wir hier lupen können. Ich speiche ihn ab. Ziemlich viele Sachen, die wir hier lupen können, die wir hier lupen können, die wir hier lupen können, die wir hier lupen können. Zeitzehnt, ihr calcult, verbrechtet, verbrechtet. Die Hautehalle findet in kleine, ihr könntet, ihr könntet. Tagz, recharged, verbrechtet, verbrechtet, verbrechtet. Jetzt wird sie viel überbiett. ein hau gerade ab mit Oh, komm. Fuck, ist so knapp, Alter. Oh, komm. Erstmal den hier schnappen. Hab ich den ja auch nicht. Ich möchte aber alles hier aufdecken, entdecken, finden. Alter, wie viele sind denn da hinten noch? Ja. Komm, das soll mir sein. Gut, dann hab ich schon... Nee, mach ich noch gar nicht. Fuck. Ich geh wieder hoch. Okay. Was ist der Typ, der da vor uns stand? Ja, komm. Warte auf. Warte. Warte. Ja! Oh, Shit. Fuuuuck. Er hat sich gebückt in die er mich gefassen hat. Gut, hat das doch... Alter. Junge! Guck dir denn jetzt her, Bremer? No! Alter! Alter! Das hast du nicht getan! Wie viele gibt's denn von denen hier, Alter? Da müssen wir nicht mehr machen. Das ist die Grundsatz. Das ist die Grundsatz. Und das ist die Grundsatz. Ja. Das ist die Grundsatz. Und das ist die Grundsatz. und komm her kleines hühnchen nicht so schüchtern wünschen was ist das denn alter was passiert verdammt noch mal was es 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 für die Alpha! Erledigt ist! Fuck! Hat die Arbeit! Ich glaub, die hat genug. Shit, Junge, wer war das denn, ey? Nee. Kann ich nicht durch hier? Nee. Bin ich jetzt eingesperrt? Ja, wir sind der scheiß Meute, oder was? Wo steckt denn keiner da? Hä? Hä? Ja, wohnt denn, okay. Alter! Alter! Da ist sie in Stücke! Werden gesichtet! Oh no. Fuck! Oh neee! Halt mich vorne!